Das ist so toll, wenn man nach dem Mann duschen geht. Da hat kein warm Wasser mehr. Nachtspeicherst, da hat kein warm Wasser mehr. Die Heizung pumpt auch nur noch Geräusche durch. Dann hast du gesagt, morgen war sie noch warm. Dann sitzt du bei minus 6 Grad und duschst kalt. Dann bist du warm. Ich hab mich gewusst, warum es so munter ist. Dann kommst du rein und frierst. Ah, jetzt eine warme Dusche, dann gehst du runter. Das ist immer schlimmer. Dann wavelengthst du rein. Hier wird der Grad. Auf Wiedersehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020